Es ist Montag, 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Rollstuhlfahrerwitze sind ein No-Go. Der Montagswitz... Das war's, meine Lieben. Der letzte Montagswitz 2015. Ich bedanke mich, dass ihr immer so brav zugeschaut habt, und so viele Leute mir gutes Feedback darauf gegeben haben. Ich wünsche euch allen ein wirklich großartiges, erfolgreiches, gesundes und glückliches Jahr 2016. Ich hoffe, ihr bleibt mir hier auf MarbacherTV weiterhin treu, und mal schauen, was es nächstes Jahr wöchentlich zu sehen gibt, hier bei MarbacherTV. Bis dahin, Happy New Year, und danke für das tolle Jahr 2015. Bis dahin. Papa.